Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich heiße euch willkommen zum Unboxing des Trittbrett Paul in der 2023er Edition. Dieses Gerät ist mir freundlicherweise von der Firma Trittbrett kostenfrei für dieses Review zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Ja, es sind schon die ersten Videos zum Trittbrett Fritz draußen. Den werde ich euch demnächst natürlich auch zeigen können. Ja, bei Trittbrett, da legt man Wert auf ein schönes Kartondesign. Deswegen gucken wir uns den Karton jetzt ein bisschen genauer an. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das hier der richtige Karton für den Paul 23 ist. Wir gucken es uns im Detail an. Der Scooter ist natürlich straßenzugelassen. Das kann Paul und was kannst du steht hier drauf. Wir haben einen LG Akku. Die Reichweitenangabe stimmt nicht. Ich habe hier den großen Akku drin. Fahrkomfort dank tubeless Luftreifen. Das sind 11 Zollreifen. Es gibt einen Race-Modus mit Turbo Boost. Wir haben einen sehr, sehr starken Motor von Bosch. Dann haben wir Schrauben von der Firma Wirt. Zusätzliche Sicherheit dank Blinker. Allerdings sind hier nicht die richtigen abgebildet. Das sind die vom alten Paul. Denn wie man hier schon sieht, ich habe hier Kellermann-Blinker. Auf der Seite stehen ein paar aktuellere Daten. Batterie 19,6 Amperestunden. 52 Zellen, 48 Volt. Motorleistung 48 Volt, 500 Watt Heckantrieb. Das ist wahrscheinlich genau der gleiche Motor, den ich auch in meinem Paul habe. Die Reichweitenangabe bei diesem Akku 95 Kilometer. Natürlich der Hinweis, gemessen mit einem Personengewicht von 75 Kilogramm und sicherlich unter Idealbedingungen. Maximalgeschwindigkeit 20 kmh. Da gehe ich davon aus, dass wir die 22 kmh auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Motorbremse mit EABS. Hydraulische Scheibenbremse. Es scheint also doch der richtige Karton zu sein. Denn die hydraulischen Scheibenbremsen, die sind jetzt beim Paul 23 neu. 11 Zollreifen. Gewicht 24 Kilogramm. Ja, hier sehen wir den Karton von der Rückseite. Das ist natürlich das bekannte Hinterrad. Und hier sind vier nette Herren abgebildet. Ja, der Karton, der war auf jeden Fall schon mal geöffnet worden. Der Grund könnte sein, dass Trittbrett die Kellermann-Blinker natürlich in Deutschland nachträglich einbaut. Ja, dann wollen wir einmal in den Karton hineinschauen. Hier ist ein Zettel. Da steht drauf, was ich bekommen habe. Das stimmt. Ja, dann gucken wir einmal in den Karton hinein. Hier sieht man schon was von Paul. Und das Ganze ist jetzt so gemacht. Hier ist ein Griff und damit kann man das ganze Gerät hochziehen. Damit ich das jetzt besser herausheben kann, habe ich den Karton auf den Boden gestellt. Dann haben wir hier einen leeren Karton. Und der Paul, der steht da noch ziemlich doll eingepackt. Hier drin ist eine Schachtel, an die komme ich jetzt gut ran. Darin befindet sich höchstwahrscheinlich das Ladegerät. Wir haben natürlich einen EU-Stecker. Das Ladegerät selber lädt er freudischerweise mit 3 Ampere. Damit kriegt ihr den 19,6 Amperestunden Akku in 6 bis 7 Stunden wieder vollgeladen. Als nächstes haben wir hier unten ein Zubehör-Kit und einen Zettel, wie man die Kellermann-Blinker anbaut. Ja, zum Auspacken kippe ich das Ganze jetzt erstmal um. Ja, und dann liegt der Paul jetzt so schön auf dem Tisch. Das Cover vom Display ist bei mir jetzt schon ab. Dann werde ich den Scooter einmal rausnehmen. Das ist die eine Seite. Ja, hier habe ich leider eine ziemliche Schramme. Das ist natürlich nicht so schön. Das liegt daran, wie der Lenker hier drauf liegt. Hier sind jetzt einige Kabel durch die Blinker-Kabel. Das werde ich jetzt hier reinstecken. Ja, dann steht da hier der Trittbrett Paul in der 2023er-Edition. Ich habe noch ein paar Zubehör-Tüten. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, dann haben wir hier einmal dieses kleine Tütchen. Da drin befinden sich 1, 2, 3, 4 Schrauben. Mit Schraubensicherungslack natürlich. Und eine Schlauchverlängerung. Hier haben wir das bekannte Werkzeug von Trittbrett. Dann haben wir hier so ein Kärtchen. Auf dem Kärtchen steht drauf, Lieber Trittbrettfahrer, meine Kollegen und ich freuen uns, dich in der Trittbrett-Familie willkommen zu heißen. Mit größter Sorgfalt haben mein Team und ich deinen Scooter zusammengebaut. Ich persönlich habe die finale Endkontrolle deines Trittbretts vorgenommen und bestätige dies mit meiner Unterschrift. Wir wünschen dir viel Freude und allzeit gute Fahrt. Dann das Ganze nochmal auf Englisch und eine Unterschrift. Dann haben wir hier das Du-brauchst-uns-Formular. Sollte man mal ein Problem mit dem Scooter haben, dann kann man den natürlich einschicken und Trittbrett kümmert sich darum. Hier haben wir die Kurzeinleitung für die Trittbrett-App. Ja, dann haben wir hier natürlich das Benutzerhandbuch. Paul 23 steht hier drauf. Luftdruck ab 100 Kilogramm 3,3 Bar. Ich werde wieder 3,5 Bar reinmachen. Ja, alles schön erklärt und natürlich auch perfekt auf Deutsch übersetzt. Und natürlich die Datenbestätigung. Technisch zusätzliche Gesamtmasse in Kilogramm 173 Kilogramm. Der Scooter wiegt 24 Kilogramm. Das ergibt 149 Kilogramm. Aufgerundet hat 150 Kilogramm. Die Typgenehmigungsnummer finden wir hier. Und der Scooter hat eine Lernleistung von 0,5 kW. Passt alles. Ja, dann haben wir hier noch so einen wichtigen Hinweis für die Kellermann-Blinker. Den kenne ich jetzt noch nicht. Ja, es liegen zwei zusätzliche Sechskantschlüssel dabei. Dein Paul ist sowohl am Lenker als auch im Hinterrad mit Kellermann-Blinkern ausgestattet. Die hinteren Blinker sind an einer vormontierten Schiene befestigt. Diese befinden sich, wie unten in den gezeigten Bildern, links und rechts unter der Seitenleiste im Hinterrad. Für den Versand deines Pauls musst du die Schiene hereingeschoben werden, um deinen Blinker besser zu schützen. Um nun mit deinem neuen Paul losbrettern zu können, musst du die Schiene ca. 3 cm herausziehen, um den Anforderungen des KBA zu genügen. Und dann noch ein paar technische Angaben. Das werde ich mir gleich einmal ansehen. Als erstes werde ich einmal hier oben den Lenker festschrauben. Dazu haben wir hier vorne zwei Schrauben. Und zwei Schrauben befinden sich hier auf der Rückseite. Ja, das funktioniert wunderbar mit diesem Tool. Ja, hier sehen wir den Paul von hinten. Ich schalte ihn einmal ein. Und jetzt schalte ich einmal den Blinker ein, den linken. Dann seht ihr, wo der sich befindet. Jetzt mal den rechten. Wenn ihr mich fragt, so schlecht positioniert sind die nicht. Auch wenn man jetzt das Ganze von der Seite betrachtet, finde ich immer noch, dass man es ausreichend sieht. Aber es gibt wohl Vorgaben vom Kraftfahrtbundesamt, dass die weiter nach hinten rausstehen müssen. Um das tun zu können, muss man den Paul einmal auf die Seite kippen. Man soll was unterlegen, damit die Seite nicht verschrammt. So, ich hoffe, man kann es sehen. Hier, genau unter dem Kabel, befindet sich jetzt eine Schraube. Die muss man kurz lösen. Ich habe es geschafft, dass er jetzt steckt. Das ist nicht ganz trivial. Jetzt löse ich diese Schraube. Jetzt kann man diese Schiene weiter nach hinten rausziehen. Aber so viel geht da jetzt auch nicht. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann steht das Ganze minimal weiter draußen und sieht dann so aus. Also, ob man das jetzt so viel besser sieht, ich weiß nicht. Aber okay. Ja, so ist das leider in Deutschland. Diese Vorschriften für die Beleuchtung, die sind natürlich nicht wirklich für die E-Scooter gemacht. Und es ist auch gar nicht so einfach, die einzuhalten. Ich durfte mal A-Hook Legacy fahren mit Kellermann-Blinkern. Die stehen ja hier an der Seite noch so ein Stück raus. 50 Meter bin ich gekommen. Dann habe ich den ersten abgebrochen. Geile Sache. Konnte ich einmal meine Haftpflichtversicherung bemühen. Da muss ich sagen, gefällt mir die Lösung auf jeden Fall besser, weil das hier noch ein bisschen besser geschützt ist. Ja, da steht da nun der Paul in der 2023er-Edition. Wir schauen uns das Gerät jetzt einmal aus der Nähe an. Ja, hier nochmal kurz das beiliegende Zubehör. Die einzelnen Dokumente habe ich euch eben schon erklärt. Das Ladegerät, der EU-Stecker, das Werkzeug, die Schlauchverlängerung und die zwei Imbusschlüssel, die dabei laden für die Blinker. Im hinteren Bereich haben wir eine 11-Zoll-Bereifung mit schlauchlosen Luftreifen. Die Reifen haben auch eine ganz ordentliche Breite. Deutlich breiter als bei anderen E-Scootern. Ja, dann haben wir hier als Besonderheit eine hydraulische Scheibenbremse mit einer 140er-Scheibe. Hier drin befindet sich ein 500-Watt-Motor von der Firma Bosch. Dann haben wir hier das hintere Schutzblech mit seiner markanten Struktur. Das Rücklicht dürfte eine Bremslichtfunktion haben und hier ist der Platz für das Kennzeichen. An der Seite haben wir hier die austauschbaren Seitenleisten. Die gibt es meines Wissens noch in drei weiteren Farbvarianten. Einmal, glaube ich, so ein Silbergrau, ein Rot und Carbon. Rot habe ich hier zum Beispiel beim Mimenpaul dran. Ja, hier sehen wir das sehr breite Trittbrett. Und in diesem Scooter befindet sich ein 19,6 Amperestunden Akku auf 48 Volt. Das wird erreicht durch 21,700er Zellen. An der Seite haben wir hier den vorgeschriebenen Reflektor. Hier befindet sich der Ladeanschluss und der neue Ständer. Deutlich massiver, mit einer extra Feder. Der gefällt mir sehr gut. Damit steht der Scooter auch natürlich super. Ja, im Vorderrad haben wir ebenfalls eine hydraulische Scheibenbremse von Zoom. 145er Durchmesser haben die Scheiben. Wir haben 11 Zoll schlauchlose Luftreifen von der Firma CST. Ebenfalls mit einem sehr, sehr breiten Straßenprofil. Auf allen Teilen findet man irgendwo das Trittbrett-Logo. Und natürlich steht es hier unten auch am Lenker dran. Hier sehen wir den Hebel für den Klappmechanismus und die sehr helle Frontleuchte. Und hier sehen wir den Scooter von der Seite. Hier befindet sich das Luft-Einness-Ventil für das Vorderrad. An der Seite haben wir hier das Typ-Schild. Wir haben einen Reflektor. Hier steht Paul dran. Ich glaube, auf der anderen Seite steht das nicht dran. Dieses Blech hier. Das ist so spitz zulaufend mit dieser Rundung hier. Und dort hat man die Kellermann-Blinker hingepackt. Wie gesagt, dieses Blech, das kann man austauschen. Da gibt es noch weitere Farbvarianten. Im Hinterrad haben wir den 48-Volt-500-Watt-Bosch-Motor. Hier sehen wir den Kellermann-Blinker. Der ist ziemlich klein, aber trotzdem sehr hell. Und hier ist das Ventil zum Lufteinlassen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man den Scooter zusammenklappt und wie man ihn danach wieder auseinanderklappt. Diesen Hebel, den zieht man hoch. Der Scooter ist neu, deswegen ist das natürlich noch gut unter Spannung hier. Dann kann man den Lenker umklappen. Dieser Haken, das ist übrigens kein Teil des Klappmechanismus. Der ist tatsächlich dafür da, dass man da Einkaufstaschen ranhängen kann. Hier hinten mit Gummi ummantelt. Das ist der Haken für den Klappmechanismus. Der passt hier wunderbar rein. Mein Paul hat diese Gummiummantelung noch nicht. Mit 24 Kilogramm ist der Trittbrett-Paul kein leichter E-Scooter. Aber wie ihr sehen könnt, ich kann ihn auch noch mit einer Hand tragen. Zum Auseinanderklappen zieht man hier an dem Hebel. Dann kann man den Lenker hochklappen. Dann muss man nur noch den Hebel ran drücken. Und schon kann man losfahren. Ja, dann schauen wir uns einmal den Lenker des Paul 23 an. Vorab leider, hier unten befindet sich dieser kleine Transportschaden. Da hoffe ich, dass es da irgendwie so eine Art Spray gibt, dass man darüber machen kann. Da muss ich mal Betrittbrett nachfragen. Ja, wir haben zwei Bremshebel. Hydraulische Bremsen von der Firma Zoom. Da der Bremshebel ein bisschen anders ist, ist die Klingel auch ein bisschen anders. Die klingt aber immer noch sehr gut. Ja, hier schalten wir den Paul ein. Dann sehen wir hier das schöne Display. Der Ein- und Ausschalter ist hier im Gasgriff mit integriert. Außerdem befindet sich hier noch der Knopf für die Beleuchtung. Die Beleuchtung, das ist glaube ich noch die gleiche wie bei meinem Paul. Die ist absolut in Ordnung von der Helligkeit. Hier haben wir die hintere Beleuchtung. Und wir haben eine Bremslichtfunktion. Dieses Gerät ist mit Kellermann-Blinkern ausgestattet. Hier haben wir den Hebel dafür. Hier sehen wir den linken Blinker. Und zusätzlich gibt es hier unten auch noch Blinker. Umschalten kann man jetzt, indem man rechts drückt. Und hier sehen wir den anderen Blinker. Ja, die Kellermann-Blinker sind ja auch bekannt dafür, dass sie bei Tageslicht sehr gut gesehen werden können. Und auch im Display wird einem angezeigt, in welche Richtung man gerade blinkt. Ja, kleines Detail. Die Blinker-Innen sind hier noch so ein bisschen abgeschrägt mit diesem Zwischenstück. Ich habe jetzt einmal meinen Paul daneben gestellt. Bei meinem Paul handelt es sich um ein Gerät aus der allerersten Lieferung. Ich versuche euch jetzt einmal die Unterschiede aufzuzeigen. Ganz klar, wir haben hier die hydraulischen Bremsen. Während wir bei meinem Paul, ich glaube, teilhydraulische Bremsen haben. Von X-Tech. Der Gashebel ist ziemlich gleich. Ein bisschen dunkler hier. Die andere Seite, da ist hier beim MIME kein Schutz drum. Und beim Paul 23 ist hier so ein Gummiüberzug quasi drüber. Der verhindert natürlich, dass wie beim MIME, dass hier Spuren entstehen. Ja, ein großer Unterschied sind natürlich die Kellermann-Blinker. Das sind die Original-Blinker von Paul. Ich mache die einmal kurz an. Ich meine, die kriegt man, wenn man den Paul ohne Kellermann-Blinker bestellt, immer noch. Mein Paul hat hier hinten natürlich keine Blinker. Ja, dann sieht man schon das Schutzblech. Das ist verbessert worden. Schon vor einer ganzen Weile. Das ist jetzt ganz anders. Ja, nochmal den Ständer des Paul 23. Im Vergleich dazu von meinem Paul, der Ständer, der ist noch deutlich einfacher. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Und die roten Zierleisten, die könnte ich jetzt natürlich hier abschrauben und beim anderen anschrauben. Ja, hier sehen wir den Bremszylinder von der X-Tech-Bremse. Im Vergleich dazu den Bremszylinder von der hydraulischen Zoom-Bremse. Die Scheibendicke ist, glaube ich, identisch. Die Bereifung müsste auch identisch sein. Hier fällt mir ein Unterschied auf. Hier ist so ein Gewinde drin. Und hier ist das so abgedeckt. Die Frontleuchte, die ist gleich geblieben. Bei meinem Paul, da ist die Klingel hier so im Bremsgriff integriert. Das ging wahrscheinlich bei den hydraulischen Bremsen jetzt nicht. Und deswegen ist die auf diese Art realisiert. Hier vorne beim Lenkkopflager, da brauchte man bei meinem Paul jetzt noch ein Spezialwerkzeug, um das verstellen zu können. Da hat sich was geändert. Beim Paul 23. Ich bin aber kein Experte in diesen Dingen. Es soll auf jeden Fall einfacher sein für die Wartung. Ich hatte hier vorne eine Schraube verloren. Da passt eine Schraube rein von so einer SSD-Festplatte. Hier sind jetzt andere Schrauben drin. Ich habe irgendwo auch gehört, dass jetzt bessere Schrauben und besserer Schraubensicherungslack verwendet worden sein soll. Dann schauen wir uns einmal die Maße an. Wir haben ein sehr großes und breites Trittbrett. Hier hinten 20,5 cm. Und hier vorne, da sind wir bei 23,5 cm. Hier im vorderen Bereich hat man Platz. Da hat man richtig viel Platz, um seine Füße abzustellen. Dadurch hat man generell auf dem Trittbrett sehr viel Platz. Die Länge des Trittbretts, gemessen von dort bis hier, zum Beginn des Schutzblechs, sind 50 cm. Hier vorne kommen mindestens 8 cm dazu. Hier außen sogar noch ein bisschen mehr. Die Form gefällt mir übrigens sehr gut. Die Lenkerbreite ist durch die Kellermann-Blinker ein bisschen größer geworden. 62 cm. Bei meinem alten Paul sind es 58 cm. Ja, und die Lenkerhöhe, gemessen vom Trittbrett, die liegt bei einem Meter. Ja, eine Sache ist mir gerade aufgefallen. Der Lenkergriff, der steht in dieser Richtung. Und der Lenkergriff steht ziemlich weit nach unten. Der ist auch noch locker. Den muss man hier einmal festschrauben. Andere Seite, da ist er festgeschraubt. Bei meinem alten Paul, da ist der Lenker natürlich fest und so ein bisschen leicht nach unten geneigt. Das werde ich gerade korrigieren. Hier passt der 3er Sechskantschlüssel rein. Und damit ist das Ganze auch kein Problem. Jetzt wackelt auch nichts mehr. Ja, dann schauen wir einmal nach dem Reifendruck. Ich habe mir vor kurzem hier diese elektrische Luftpumpe von der Firma Bosch gekauft. 3,5 Bar kann man hier einstellen. Ich habe ein kleines Problem mit der. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Immer wenn ich die festschraube, verliere ich sehr viel Luft. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf 3,7 Bar. Die Pumpe braucht auch ziemlich lange dafür. Ich probiere es jetzt mal zu lösen. Aber, also, gefällt mir gar nicht. Da empfehle ich euch auf jeden Fall hier den Xiaomi Luftkompressor. 3,5 Bar möchte ich haben. Da seid ihr deutlich schneller und beim An- und Abschrauben verliert ihr so gut wie gar keine Luft. Ja, der Paul, der hat auch einen Bosch-Motor. Der gefällt mir allerdings richtig gut, denn das ist der stärkste mir bekannte Börschlis-Motor. Zumindest für den deutschen Markt. Im Hinterrad haben wir 2,4 Bar drin. Ja, nachdem ich den Luftdruck eingestellt habe, wird es Zeit für eine erste Probefahrt. Bei hydraulischen Bremsen sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Links haben wir die Vorderradbremse und rechts die Hinterradbremse. Ja, dann schauen wir mal. Oh ja. Der zieht sehr gut an. Ich blinke einmal. Blinker links. Blinker rechts von hinten. Und das Bremslicht. Ja, das Frontlicht ist übrigens höhenverstellbar. So, dann blinke ich jetzt nochmal von der anderen Seite. Einmal links. Einmal rechts. Und dann fahre ich mal zurück. Also die Bremsen bringen einen gut zum Stehen. Aber wie gesagt, bei hydraulischen Bremsen vorsichtig rantasten. Nochmal kurz im Vergleich dazu die Blinker von meinem Paul. Das sind ja jetzt nicht die Pellermann Blinker. Die sehen dann so aus. Und hinten hat er halt keine. Als nächstes wollen wir einmal in die App schauen. Ja, dann kann man den hier suchen. Und da haben wir ihn gefunden. 42% Akkustand. Temperatur 24 Grad. Ja, hier oben. Das sind die drei Bilder von den drei Modellen, die Trittbrett aktuell im Angebot hat. Jetzt kommt demnächst noch der Fritz dazu. Und man kann hier so eine Hupen aufnehmen. Und das hatte ich vorher für meinen Paul schon gemacht. Und wenn man hier dann drauf drückt. Jo, mein, du machst ein Bild. Das ist meine eine Tochter. Hey, guck sie mir mal den Weg frei. Das ist meine zweite Tochter. Und das ist eine von den Standardhupen, die es hier so gibt. Ja, auf dem Display wird einem hier die Geschwindigkeit angezeigt. Man kann die Beleuchtung, glaube ich. Nee, kann man nicht. Aber den Modus kann man ändern. 0 Kilometer. Hier kann man die Fahrstrecke anzeigen. Aber auch zum Beispiel die Gesamtstrecke. 0,3 Kilometer. Also der ist sehr genau. Dann gibt es noch die Reststrecke. Also 31,5 Kilometer könnte ich jetzt noch kommen. Und die Fahrstrecke. Hier oben gibt es Informationen. Da ist zum Beispiel ein Handbuch hinterlegt und ähnliches. Wir können jetzt einmal hier nach einem Firmware-Update suchen. Wie ging das? Firmware. Da ist allerdings im Moment nichts vorhanden. Also dieser Scooter hat schon die neueste Firmware drauf. Ja, dann kann man noch den Sofortstart-Modus aktivieren. Also dass man nicht ankicken muss. Würde ich persönlich nicht machen bei diesen Scootern. Das ist erst relevant, wenn man einen richtig schweren Scooter hat. Dann kann man noch auf Meilen umstellen und eine Kurzsperre einstellen. Hier haben wir den Hupen-Recorder. Hier gibt es so einen Self-Check. Mal gucken. Geht hier irgendwas? Nö. Firmware ist auch schon Haken drin. Dann kann man noch seine Strecke aufzeichnen. Ja, soweit zur App. Ja, auf eine Sache. Da hatte mich der Yasin noch hingewiesen. Die möchte ich gerne noch nachliefern. So, ich schalte den Paul mal ein. Und jetzt kann ich ihn auch verbinden. Und hier oben in der App, da gibt es ein Auswahlfeld. Das scheint auch neu zu sein. Und hier könnt ihr genau euren Scooter auswählen. In meinem Fall den Paul 19,6 Amperestunden. Das hat auch Auswirkungen auf die Reststrecke, die euch angezeigt wird. Also wenn ihr hier zum Beispiel den Kalle wählt, dann sagt er euch Reststrecke 29 Kilometer. Was natürlich für den Paul jetzt völliger Quatsch ist. Also wählt hier euren richtigen Scooter aus. Und da morgen der 1. März ist, werde ich dem Paul jetzt ein Kennzeichen verpassen. Ja, ich bin auch tatsächlich noch gar nicht mit dem draußen unterwegs gewesen. Aber schaut mal, ein schwarzes Kennzeichen sieht doch jetzt super aus. Ja, das soll es gewesen sein zum Unboxing des Trittbrett Paul in der 2023er Version. Ja, nicht erst mit dieser Version, sondern auch in vorherigen Updates habe ich immer schon mitbekommen, wie sich das Produkt weiter und weiter entwickelt hat. Und ich finde wirklich toll, dass die Firma da so hinterher ist. Der Preis hat sich leider auch immer weiterentwickelt. Ich habe damals für meinen 999 Euro bezahlt und dieses Gerät hier wird für 2048 Euro angeboten. Allerdings sind da drin enthalten 249 Euro für die Kellermann Blinker. Die Kellermann Blinker sind natürlich sehr gut und auch durchaus empfehlenswert. Aber wenn man auch mal schaut, welche Modelle hier verbaut sind, dann wird man feststellen, ja, der Preis, der kommt nicht von ungefähr. Der wird quasi einfach weitergereicht an den Kunden. Der Trittbrett Paul ist und bleibt einer der besten E-Scooter, die wir in Deutschland haben. Durch die schönen Updates wird er nochmal besser. Und von daher kann ich euch das Gerät auch auf jeden Fall empfehlen. Tatsächlich bin ich am Überlegen und am Verhandeln mit Trittbrett, ob ich dieses Gerät hier behalten werde. Ihr habt es gesehen, er hat oben einen kleinen Schaden. Da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen, was man denn in so einem Fall tun kann. Und wenn ich da eine Antwort habe, dann werde ich die noch in die Kommentare schreiben und oben anpinnen. Ja, ich bin ansonsten super zufrieden mit dem Paul, wie er hier steht. Ja, und ich bin natürlich gespannt, wie der Paul ja am Ende meine Tests beschreiten wird. Ich werde den genauso behandeln wie ein ganz neues Gerät. Aber ich glaube, dass die Messergebnisse, die dabei rauskommen werden, dem Paul, den ich schon habe, doch ziemlich ähnlich sein werden. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020